willkommen zurück zu let's play aquarium land hier bei part 10 ich habe mich übrigens mehr oder weniger dazu entschlossen die sachen wo ich geld einzahle wo das geld da rein fließt rauszuschneiden white angel so damit haben wir jetzt auch den schlüssel da wurde schon mal das geld moneten und werde auch instant das jetzt mit dem schlüssel machen ich habe zwar nur noch insgesamt habe ich vier minuten 23 noch speicher weil ich das ja auf einem gerät macht welches nicht so extrem viel speicher hat geht das wirkt schwer okay wie soll man das machen ach so man darf nicht zu lange sich darin aufhalten ja gut dann ist es relativ einfach so damit haben wir was neues fürs aquarium apropos wir müssen ja hier füttern das können wir beanspruchen das auch das da das da das da das da das da das da und sonst haben wir alles wir haben auch schon den zweiten rotfeuer fisch ähm kaufen wir uns dann noch ein fisch instant aquarium 9 ist auch schon das letzte aquarium also sind wir auch schon bald durch damit hätte ich jetzt nicht gerechnet aber tatsächlich schon oder was für e-shop oder ich kaufe mir die vier fische einmal hier unten damit wir auch instant vier weiter haben leider wird das projekt auch schon bald vorbei sein was ich sogar relativ traurig finde ich meine ich habe es vergessen so deswegen spricht das so ein bisschen dagegen dagegen bro bre